Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die kleine Mütze wird meiner Tochter noch eine Weile passen, nach oben hin hat sie noch 6 cm Luft. Die große Mütze ist mir mit meiner Haarpracht wie so oft etwas zu klein. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.